Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, Helge Beyer. Helge, wenn du zuhörst, Helge hat immer bei seinen Analysen immer Krawatte getragen. Und dann habe ich über Instagram geschrieben, was soll, was machst du mit der komischen Krawatte eigentlich, was glaubst du, ist dein Bankberater oder was ist mit dir eigentlich. Und seitdem folgt, also er folgt meinem Modetipp und du wirst sehen, Helge trägt keine Krawatte mehr. Echt Tipps? Ja, wirklich, er hat und Helge, du bist seitdem wirklich, wirkst noch kompetenter als vorher. Und lockerer und frischer. Folgt Griff für weitere Modetipps. Hast du für mich auch welche? Nein, nur für richtige Promis.